Hallo Leute, herzumkommen auf mir herzumgaming und heute spielen wir mal wieder Emergency Duisburg. Wir hatten hier eigentlich einen Einsatz, aber es ist doch kein Einsatz. Genau, wir müssen jetzt einmal zum Einsatz. Wir kamen gerade einfach so richtig random. Einen Einsatz. Boah, dieses Handling von diesen Autos, die waren früher mal gut, jetzt sind sie einfach nur noch scheiße gedreckt. Also wortwörtlich, scheiße gedreckt. Früher waren die noch geil, jetzt lenkt das Auto gefühlt zweifach, wenn man nach rechts denkt. Okay, Einsatz ist erledigt. So, dann fangen wir einmal wieder nach. Irgendwas. So, ich muss mal hier keinen Weg umsetzen, weil das nervt mich. So. Fahren wir mal kurz tanken, würde ich sagen. So, tanken, tanken, tanken. Zack. Ah, nee, da regelt er, links muss ich. So. In dem Moment passiert halt eher weniger so, ne? Weiß, ne? Dann fahren wir mal hin. Dann fahren wir mal hin. Dann schauen rein. Das war's für heute. meine fresse schwere geburt schwere geburt so so dann fahren wir mal nach dahin so 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 Wow. ok 30 mal plus hier kommt man nicht mehr rein jetzt zu das soll es nun polizist ja gut mehr gibt es ja eigentlich nichts zu tun ja man muss immer ganz schnell gehen scheiße ich bin vorbeigefungen das müsste doch hier oben sein irgendwo ja 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 was soll ich eigentlich noch so großartig machen hier gibt es ja nichts mehr ja 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 hier kann man eigentlich nichts mehr so großartiges machen warte ich mache jetzt mal kickdown ja ja ich würde sagen das was mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst mal ein like nabo und kommentare und schreibt gerne in den kommentaren ob es bei euch geschneidert bei mir nämlich ja und dann sehen wir uns im nächsten video wieder haut rein euer stando ciao 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 ciao